Guck mal, da ist die Druckwelle noch nicht angekommen. Willkommen zur Winterfront. Weiter geht's mit Getterfell. So, jetzt hab ich mal unseren Minenleger-Ding wieder gefixt. Wo sind sie? Wo sind sie? So, erstmal Munition. 8,8. Minenleger in ihre LKWs. Pioniere. So, jetzt müssen wir gucken. Also. Hier müssen wir gucken. Seht ihr das? Die zielen nach da. Also kommen die wahrscheinlich von da oben. Dann legen wir die Minen auf die Straße hier. Ich tu die mal hier hin. So. 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 Die 8,8. Ich meine, wenn das hier schon irgendwie so ist, dann würde ich die einfach... Ich meine, entweder bleiben wir vorne. Ich will nicht in die Stadt. Das hab ich schon mal gemacht. Das ist fürchterlich. Ich kann die entweder hier hinstellen oder wir gehen einfach hier hin. Hier sind Mauern. Und ich spreng die Häuser weg. Klingt jetzt natürlich sehr, ähm... Enthusiastisch. Die Kaliob. Die werde ich auch beim nächsten Mal zu Hause lassen. So. Dann brauchen wir die... Vorne. Die vorne. Warum sind die da? Keine Ahnung. Dann... Tu mal ein Panzer hier hinstellen. Ich hab zwei Königssieger. Ich hab zwei Königssieger. Ich kann mich auch hier hinstellen. Aber ich glaub das wär zu nah. Naja, es wär zu nah. Tsunami. Hehe. Äh, okay. Entschuldigung. Ah ja, es geht ja nicht. Hä? Äh. Äh, okay. Äh, äh, was auch immer. Ja. 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 So, bei den, ähm, Panzerminen weiß man wenigstens, dass da Fahrzeuge sind, die da drauf pezen. So, jetzt müssen wir die Gebäude sprengen. Ich glaube, drüberfahren wäre besser. Ich hasse es. Sind wir dann zu überladen? Oh, warte, ich muss jetzt auch, äh, ich hab halt keine Ahnung, wo ich hier Gräben und so hinbauen soll. Nur noch bis Weihnachten, ja, ja. Einfach mal so, weil ich glaube, eigentlich ist das Blödsinn. Wann geht's los? Alles klar, Männer. Wir laufen in die Gefähne. Jawohl. Okay. Ja. Sprengung. Sprengung. Zu Befehl. Strom gesprengt, Strom gesprengt. Ich glaube, bei denen geht das besser, oder? Wir haben noch eine Minute. Okay. Wäre toll, wenn die gesprengt bleiben würden. Das überlebt der nicht. Springmeister Vinzenz Shapiro. Okay. Doppelt hält besser. Jetzt das Haus hier. Die 8.8 ist nämlich da. Da. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Da. Oh, schon besser. Oh, schon besser. Nicht Oh, schon T. Spreng schon T. Geht los. Jawohl. Befehle. Sprengung. Reingehen und dann weglaufen. Ne, macht ihr das? Ich glaube schon, ne? Was sollen wir tun? Unterweg. Was sollen wir tun? Ah, das funktioniert sehr gut. Wann geht's denn nicht los? Okay, äh, Minenleger. Zurück. Nun, das Haus auch noch weg. Da. Da. Bomber wären jetzt gut, ne? Dafür. Tun wir die hier hin. Oh, das war's. Na ja, immerhin. So, ein bisschen zurück. Infanterie. Müssen wir auch noch das hier sprengen, wenn das geht. Natürlich jetzt doof. Wir lassen die Fahrzeuge einfach mal hier vorne stehen. Ich hab jetzt... Wo ich... Das ist kaputt. Was sollen wir tun? Wann geht's denn endlich los? Die Hütte muss auch noch weg. Da kommen sie. Ja, genau. Sie kommen von der Straße dort. Sehr gut. Ah, egal. Weg hier. Rückenzug. LVT, aber leider nicht mit Trüppen. Die haben sie abgesetzt. Okay. Los geht's. Ähm. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ja, gute Frage. Von da. Okay. Tiger um... Umlenken. 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 Oh, wir sind mal eine Basika. Bann ist auch getroffen. Oh, scheiße. Getriebe getroffen. Reparado. So, bei den anderen. Guck mal, wie schön der hier aussieht, oder? Im Schnee. Wie eine kleine Schneeprinzessin. Ist sie nicht süß? Eine süße Schneeprinzessin. So, der kommt hier hin. Lass uns mal gucken. Äh, neue Infanterie. Guck mal, hier ist doch schön. Oh, oh, haben wir den... Ne, er lebt noch. Panzerbesatzung. Geil mit der Grease Gun. 105er Schirm. Ja, nichts. Oh, sehr gut, dass die Schirmleitung getroffen. Achtung, falsche Anze! Wir müssen uns... Wir müssen uns woanders denn setzen. Das war hier hin. Oder hier hin. Okay, hat's erledigt. 76er Schirm. Hab ich's geschafft? Oh, das... Alter. Und das war's. Oh, oh. Und wo ging das hin? Was sind denn diese Kleine? Oh, nein. Wir werden beschossen. Guck mal, der hinter noch ist durchgegangen und ich hab noch die Laterne getroffen. Okay, ähm... Okay, ähm... Die da hin. Die bleiben hier. Die. 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 Der hinter noch mal die andere Infanterie. Ich glaub, damit sollte es reichen, oder? Die decken das hier so ein bisschen. Ich kann auch hier metroschauen. Ich weiß aber nicht, wie gut ich die beschützen kann. Egal, tun wir die mal dahin. Sollte eigentlich gehen. Wieder ein... Weißt du, diese... Auch das ergibt ja am Anfang Sinn, aber im späteren Spielverlauf ist es halt so gar nicht mehr. Oh ja. Jumbo. Jumbo ist der mit der dickeren Panzerung. 100... Ist das denn ein Jumbo? Das ist auf jeden Fall 50 Millimeter mehr. Daneben. Idiot. Okay. Oh, wir haben eine Kette verloren. Oh nein, er zählt auf mich. Also denkt er sich. Und tschüss. Airborne. Kugelborn. Hilf's doch nicht. Die bleiben mit dem Baum hängen. Kriegt er den nicht? Und tschüss. Komm, mach'n Bumm. 105er-Schirm. Nee, ist doch... Gibt's doch nicht. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ja, schießt du mal. Gibt's doch nicht. Wo kommt der denn her? So. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kriegt der ihn? Nicht geschafft. Das war's. Äh, irgendwas verlieben wir jetzt. Das wird ein Problem werden. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Oh, der kommt zurück. Okay, er kommt zurück. Okay. Okay. Äh, äh, wo will der denn hin? Wo will der denn hin? Der wirft die auf den Pionierenlastwagen? Okay. Guck mal, wie wunderschön, oder? Wunderschön. Der beste Moment. Man sieht, in welchem Spiel Explosionen sehr gut sind. Guck mal, da ist die Druckwelle noch nicht angekommen. Das ist ja irgendwas von Untoten, oder? Nazi-Zombies. Boah. Naja. So nur noch Löcher graben. Die halbe Kirche weg. Der Flieger ist getroffen. Okay, so viel dazu. Naja, macht der nix. War ja nur... Versorgung. Haben wir den jetzt gekriegt? Unser Rohr ist kaputt. Naja. Ist auch egal. Ich glaube, das schaffen die jetzt alleine, oder? Oh, ich hab den ja umgelenkt. Sekunde. Wir lenken mal unsere Flamme für alle hier hin. Durch das Holz. Okay. Okay. Anfänger einsatzbereit. Ich bin so im Stress, ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren. Bam! Sehr schön. Oh Mann, es ist echt... Ich schäme mich ja schon fast so zu spielen. Wo kommt der denn her? Okay, ist durchgegangen. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr ausgebrannt. Und wieder durch. Wir schießen einfach durch. Ah. Oh, ich muss meine Dose noch richtig aufmachen. Sehr schön. Feindgeschütz! Sehr gut. Und der letzte. Geil wäre auch nur eine Verteidigungslinie. Das wäre auch nochmal schwerer. Als drei. Ne? Heißt ja auch weniger... Naja, das war jetzt... Naja, war ja erquickend. Ne? Wunderschön. Sieht das nicht toll aus? Ein bisschen Brand muss sein. Na gut. Dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Ne, halt, warte. Wir müssen noch forschen. Ich weiß nicht was, aber... Äh... Ja. So. Okay. Forschung. Null von zwölf. Ja, der braucht halt noch länger. Ich meine, da können wir auch den Sturmmörser nehmen einfach, ja? Nehmen wir einfach jetzt den Sturmmörser. So. Also. Der Calliope ist jetzt... Der wird verkauft. Ich brauche ein neues Drilling. Setz wäre importante. Und jetzt kommt da ein wunderschöner Sturmmörser rein. Die Infanterie... Das wird verkauft. Jetzt kommt noch ein Mault hier rein. So. Sturmmörser. Bang. Und... Ähm... So. Zack. Zack. Alles versorgen. Ist egal. Wir können ja beide Königszieger behalten. Und... Äh... Ja. Das kann auch alles so bleiben. Wunderschön. Bei der Kampagne sind wir hier. Und dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Stufe 3. Angriff. Sehr schön. Bis zur nächsten Folge. Ihr seid die Besten. Bis dahin wie immer. Haut rein, Leute. Bis dahin wie immer. 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 Vielen Dank.